So, meine Damen und Herren, wir kommen zur nächsten Gruppe. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir hatten vor zwei Jahren, dieses Jahr ist das dritte Jahr angefangen, jeweils ein Partnerland auszusuchen für die Jazz Ahead. Wir haben zwei Jahre angefangen, um Partnerland für die Jazz Ahead zu wählen. Dieses Jahr, wie Sie vielleicht haben, auf der ersten Nacht, am Dienstag, ist Israel, mit ein paar Bands aus Israel, gestern Abend in der Glocke mit Avishai Cohen. Und das erste Partnerland, das wir in 2011 haben entschieden haben, war in der Türkei. Und vielleicht einige von Ihnen da sind, und es war unglaublich, was verschiedene Musikstylen wir aus der Türkei haben. Wahrscheinlich auch Fati Akim, der famous Filmdirektor, hat einen fantastischen Film über die Szene in Istanbul gemacht. und das Film war, der heißt, »Crossing the Bridge«, und ich bin sicher, dass viele Leute das wissen können. Seitdem, wir haben in der Jazz Ahead sehr gut, gute Verbindungen mit der Türkei. Und heute haben wir eine unglaubliche Band, mit völlig unterschiedlichen Instrumenten, wie Sie sehen, von Istanbul. Und in einer Weise, heute ist es eine türkische Nacht, denn in der Stadt Halle, die ÖFAB Arena, wie es heute nennt, gibt es eine Popstar von der Türkei, Sibyl Can. Und viele türkische Leute sind dort gegangen. Aber sie haben etwas verloren hier. Das ist von Istanbul, das Taksim Trio. Applaus ... ... ... ... ... ... ... Amen. 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 Amen.